hi ihr lieben ja zu meinem heutigen ehrentag ich werde wieder mal ein jahr älter aber kann man ja nicht verhindern habe ich gestern abend zwei vegane kuchen gebacken die ich euch gerne mal zeigen möchte und zwar diesen hier das ist ein veganer heidelbergkuchen und diesen das ist ein veganer schoko orangenkuchen schon gestern während der teigzubereitung habe ich hier und da mal genascht und die teige haben bereits im rohzustand schon mega lecker geschmeckt also können die kuchen eigentlich nur was geworden sein ja ich freue mich schon riesig drauf mein besuch auch jetzt werde ich aber erstmal noch eine knappe stunde raus in die sonne gehen ein bisschen spazieren und draußen verweilen und die sonne genießen und danach kommt dann mein besuch und dann werden wir gemeinsam flemmen vegan natürlich ja das wollte ich gerne mit euch teilen die jeweiligen rezepte zu dem kuchen dazu lasse ich euch jeweils einen link in der infobox da und dann könnt ihr die ja gerne nachbacken ja dann wünsche ich euch allen noch einen sonnigen entspannten sonntag und freue mich wenn ihr beim nächsten video mit dabei wieder mit dabei seid und lasst es euch gut gehen dann bis bald ciao